Willkommen zu einer weiteren Session von Commander Conquer Remastered. So, wir starten mit der Mission 14 auf der GDA Seite. Wir haben den Evaluierungsweg der Nord-Truppen gefunden. Sie ziehen durch dieses Tal, schneiden sie von ihren Hauptstadträften ab, greifen sie den Nord-Konvoi an und zerstören sie alle Fahrzeuge. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Commander. Es war mein Fehler. Kane hat sich im letzten Moment aus dem Labor geschlichen. Schlipfrech wie ein Aal, aber nicht mehr lange. Seine Truppen quetschen sich durch diesen Hohlweg, offenbar um sich beim Hauptquartier zu sammeln. Wenn Sie schnell genug sind, können Sie die gesamte Nordarmee im Gänsemarsch erledigen. Unsere Strategen versuchen so lange das Hauptquartier zu orten. Zeit für den Fangschuss, Commander. Ach du Scheiße, ich hab jetzt wirklich nur begrenzte Einheiten. Ach, das ist ja gar kein BMT. Hier ist noch einer. Ach Leute. Ach Leute. Ja, ich bin schon dabei. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Dann halt mich. Jawohl, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Wobei die Fusseinheiten eh noch schneller sind als die... ...Panzer. Breche auf. ...Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Oh. Ob ich da rüberfahren kann? Okay. Ob ich hier irgendwas gleich triggere? Reche auf! Reche auf! In Ordnung! Reche auf! Bestätigt! Bestätigt! In Ordnung! In Ordnung! Bestätigt! Reche auf! Bestätigt! Reche auf! Bestätigt! Jawohl! Dreck! Jawohl! Die Frage ist... Wo waren die da lang? Reche auf! In Ordnung! Bestätigt! Ich hab das Dummfiefiefel... Jawohl! Ich muss da hin! Reche auf! Jawohl! Bestätigt! Reche auf! Reche auf! Jawohl! In Ordnung! Leute! Nicht so behindert laufen! Jawohl! In Ordnung! Jawohl! 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 Bestätigt! Jawohl! Tarnpanzer! Tarnpanzer! Jawohl! Jawohl! In Ordnung! Jawohl! Okay, ich glaube, die Missione ist schon verkackt. Kacke, man. Ich weiß bloß auch gar nicht so wirklich, wo die durch müssen. Wo ist deren Zielpunkt von den Nord-Troppen? Jawohl, in Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Oh ne, da ist ja noch mal ein Hambi. Den nehme ich mal zum Erkunden. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Könnte genauso gut sein, dass jetzt irgendwo eine Artillerie von Nord-Troppen wiederum steht. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Oder sowas. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Bestätigt. Wieso fährst du denn so behindert? Breche auf. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Okay. Ein Tarnpanzer haben wir noch. Breche auf. Bestätigt Breche auf Bestätigt Jawohl, Sir Bestätigt In Ordnung Breche auf Bestätigt Breche auf Breche auf Bestätigt Jawohl, Sir In Ordnung Nein, 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 du wirst hier, du wirst nämlich stets und zerstört Jawohl, Sir Bestätigt Breche auf Breche auf In Ordnung Bestätigt Bestätigt In Ordnung Breche auf In Ordnung Breche auf In Ordnung In Ordnung In Ordnung In Ordnung Okay, da ist nichts mehr Dann können wir hier rüber Dann scheint dieser Tarnpanzer die letzte Einheit zu sein Ich hätte mich wahrscheinlich hier oben positionieren sollen, dann hätte ich Schön bequem links und rechts ballern können Bestätigt Breche auf In Ordnung In Ordnung In Ordnung Breche auf Na, wo bist du? Da oben Jawohl, Sir Einsatzziel erreicht Oh, gar kein Video Jetzt bin ich aber enttäuscht Okay Im Zielgebiet Drei Territorien Ich denke mal, das wird die Finalmission sein Die gucken wir uns dann in der nächsten Folge an Spitze bedanke mich Bis denn Dis Frederik Wink Wink Bir B